Seit seinem Skiunfall ist Michael Schumacher aus der Öffentlichkeit verschwunden. Jetzt veröffentlicht ein Magazin ein gefälschtes Interview mit dem Formel-1-Rekordweltmeister. Dabei hat aber eine künstliche Intelligenz geantwortet. Die Familie von Formel-1-Legende Michael Schumacher plant nun wegen diesem gefälschten Interview, rechtliche Schritte gegen die Illustrierte, die aktuelle, einzuleiten. Eine Sprecherin der Familie bestätigt einen entsprechenden Bericht des Sportsenders ESPN, wonach die Schumacher-Familie gegen die Illustrierte vorgehen will. In der Ausgabe vom 15. April hatte die aktuelle zu einem alten Foto Schumachers, aus dessen aktiver Rennfahrerzeit getitelt, Michael Schumacher das erste Interview. Eine Weltsensation wurde angekündigt. Dabei wurde nie ein Interview mit der Rennsportlegende geführt. Es klingt täuschend echt und was dahinter steht, steht ganz klein auf der Titelseite. Das Magazin hatte allerdings nur Aussagen Schumachers veröffentlicht, die mittels künstlicher Intelligenz generiert worden waren. Zu sich anbahnenden juristischen Auseinandersetzung wollte sich die Funke Mediengruppe, die das Heft auf den Markt bringt, auf Anfrage von RTL nicht äußern. Auch auf die Frage, ob sich das Magazin möglicherweise bei der Familie Schumacher entschuldigen wird, blieb bis auf weiteres unbeantwortet. Das Medienportal über Medien schrieb von einem perfiden Weg, den die aktuelle gewählt habe und einer besonders bemerkenswerten Frechheit. Der Artikel müht sich fortwährend, den anscheinend zu erwecken, es handelt sich tatsächlich um ein Gespräch mit Michael Schumacher. Dabei sagt selbst die Seite, die die angebliche Unterhaltung möglich mache, klar, alles erfunden. Oder wie es die aktuelle laut über Medien formulierte, das Interview war im Internet auf einer Seite, die mit künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, zu tun hat. Über Medien leitet daraus ein vernichtendes Fazit ab. Das steht so in einem Magazin, das mit Journalismus nichts zu tun hat.